Meine Damen und Herren, hallo hier bei Preiser TV. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für Sie. Wir haben heute ein paar Häuser und Geschäftshäuser aus Insolvenzen. Das Ganze wie immer zum Schnäppchenpreis. Aber natürlich nur, wenn Sie in der Liga der Reichen schön mitspielen, die sich diese Dinge erlauben können. Für die momentanen Bewohner der Objekte trifft das ja nun leider nicht so. Kommen Sie mal ein bisschen mit. Es wird nicht mehr lange dauern. Oben im Geschoss darüber befinden sich Wohnungen, wo meistens Ausländer wohnen. Sie wissen, Ausländer, das sind diese Leute, anatolische Landbevölkerung, vom Eselskarren direkt auf den 7er BMW umgestiegen. Alle Volker, alle Rassen wenden sich in großen Massen. Durch die Straße, durch die Kasse, heiße, helle, helle. Musik O mein Geist und Grazie, helle, auf Wursch mit der Gegend divisiere. Wir kommen nicht lang, wie die 7er Lehre. Weiße, Wärme, Neufer. Enrico, heische, Kadoa. Es kommt, es kommt die Astral. Die hohen Kröpfe hausen hier Will ich die Ost, die Ost, das Bier Starke Schwamme haben Reiche Schleiften durch das Meer Die Ende der Gaube haben Reiche Ohne das ganz schnell gewinnen Da die Bade und Brut und das Reiche auf Wasser schiemen Heißen, Heinen, Heinen Zeichnen, Heinen Zeichnen, Heinen, Heinen Nach der Renovierung wird sich hier eine schicke Öko-Bäckerei befinden, in der Sie am Sonntagmorgen für Ihre Lieben frische Croissants und Vollkornbrötchen kaufen können.